Musik 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 Ich frage das Test account. So. Is this human? I'm sorry, but I saw him cry. Oh, das ist toll. Der Master at Work Oh, hella Hey Mike, das ist für Clara There he is You don't have to move anyway Oh hey, we've got much in front of you now I think I'm pretty lucky I watched your clip last time I'm not good It's interesting to see me at work as well I never see you at work Crunchy in half a day Thank you sir Yes please Thank you Thank you, thanks brother Yes Get the beer Actually, I'll get a donut Oh damn So good When I was looking at this bowl I was like Let's go Alright, we're going to get a package And we're going to come back straight away And we're going to come back straight away Let's go Let's go Oh, I need to buy ice magic then, love Oh, I need to buy ice magic then, love We're going to taxpayers Oop It's time Hello Es ist so schön! Es ist so schön! Läser Das war's für heute. Das ist eine 12-South-Laptop-Stand. Ich liebe es, weil es angelt ist, aber es hat eine Silikon-Pad auf den Topf, das wird die Laptop-Protekt. Auf der BOTTOM, ich brauchte etwas, was die BOTTOM-Protektion zu den BOTTOM-Protekt. So, ich habe diese Felt-Strips gefunden, die ich auf Amazon gefunden habe. Für Arbeit, ich benutze M1 MacBook Air. Das ist wirklich eine Power-Haus-Effizient-Battery-Life, und das ist alles, was ich brauchen, um all die Arbeit zu machen. So, ich werde es auf den BOTTOM-Protektion auf den BOTTOM-Protektion zu machen. Und für Personal-Use, ich benutze 14-Inch MacBook Pro, 32GB Unified Memory, 1TB SSD. Ich werde die USB-C-Cabel und sehen, was die Display aussieht. Dimmende Musik Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020